But first, Michael Jackson Mania is set to hit Cologne this weekend when the self-proclaimed King of Pop plays live on a game show. Michael will be performing two songs, Dangerous and his new single Earth Song on Wettendass this Saturday. In the show, celebrities have to guess if contestants can actually perform all kinds of bizarre stunts. News. Jetzt ist es offiziell. Michael Jackson wird am kommenden Samstag bei Thomas Gottschalk in Wettendass auftreten. Jacko hat für die Show neben dem Song Dangerous eine echte Weltpremiere zu bieten. Earth Song heißt die nächste Single, die er unter Beteiligung eines 80-köpfigen Chors präsentieren wird. Der King of Pop buchte dafür eine komplette Etage eines Kölner Nobelhotels und wird voraussichtlich bis zu den MTV European Music Awards am 27.11. in Paris unseren Kontinent nicht verlassen. Die in Duisburg stattfindende Sendung ist übrigens, wie hätte es anders sein können, restlos ausverkauft. Weitere News folgen jetzt.